Samstag, wir sehen jetzt Rade-Teams ein zweites Mal. Wir lernen sie noch viel besser kennen. Wir sind gespannt auf die Entwicklung der einzelnen Mannschaften. Arminia Bielefeld gegen den Hamburger Sportverein. Fanfreundschaft bei den Großen und jetzt das Duell hier beim Freeway-Cup. Anpfiff, Bielefeld, in blau, vorlängster rechts. Langer Ball jetzt und dann Latte. Schade, fantastischer erster Ball von Aaron Herrmann. Hier sehen wir das nochmal. Herrmann wunderbar eingefangen. Und dann der starke Kopfballversuch gegen die Latte. Erste Großchance für Arminia Bielefeld. Schiedsrichter der Partie, da sehen wir ihn passend. Christian Westermann vom BSC Blasheim. Hier das erste Mal, wird heute insgesamt vier Spiele pfeifen. Und dann haben wir das erste Tor für Arminia Bielefeld durch Fabio Zalami, der uns auch schon im ersten Spiel aufgefallen ist. Der da auch schon getroffen hat beim Erfolg für Arminia Bielefeld. Im ersten Spiel gegen UNO Berlin. Das spektakuläre 4 zu 3 war die Auftaktpartie des ganzen Turniers. So, Bielefeld jetzt schon wieder. Wien fesselt nach vorne. Nächste Chance, nächstes Tor. 2 zu 0 Arminia. Torstürze, Arminia Bielefeld. Wunderbare Ballballung, jetzt lange Ecke schoben. 2 zu 0 Arminia Bielefeld. Arminia will den 6-Punkte-Traumstart in das Turnier. Hamburger mit einem 1 zu 1 gegen Schalke 04 im ersten Spiel des Tages für die Hamburger. Jetzt die erste große Möglichkeit für den Hamburger Sportverein. Die auch spannende Kicker in ihren Reihen hatten, unter anderem Abdul Karim. Koulibaly, den Kapitän der Hanseaten. Jetzt die Binde aber bei Riedl. Ballbesitzer Arminia Bielefeld. Tanaik Osa, Top-Tor-Schütze der U16 mit 5 Saisontreffern in der Landesliga. Die Armin dort Tabellendritter. Da haben wir den angesprochenen Koulibaly. Ein gutes 1. Spiel gemacht. Tempolauf. Wieder stark von Lukas Dick. Hier nochmal der Versuch, diese Möglichkeit hier für Bielefeld auf 3 zu 0 zu stellen. So, jetzt aber die Hamburger im Angriff. Das Ball nochmal stark rausgespielt. Dann der Lupfer. Jetzt zieht große Möglichkeit und stark vereitelt. Zweimal. Nehmen wir hier nochmal. Der Schuss noch geblockt. Gute Reaktion. Und dann war es wichtig. Geht der Arm links nochmal raus. Stark vereitelt. Geht der Arm links. Schöne Kombination, Abschluss hier durch Jonas Finn Hartig. Das Duell an der Bande. Ja, genau, kann man fast schon unterbinden. Gut zu sehen hier gerade. Die Hand von Riedl auf der Bande. Genau das eben nicht erlaubt. So, starker erster Ball. Er hat auch im ersten Spiel schon getroffen und hat eine wunderbare Ballbehandlung. Stellt immer wieder den Körper stark rein. Majid. 22er Bayern in der Bielefeld. Hier gibt es ein kleines Privatduell. Koulibaly gegen Majid. Tauschen da gerade eine analoge Freundschaftsanfrage aus. Aaron Herrmann im Tor der Bielefeld. Freistoß für Arminia. Vier Sekunden waren um, deswegen wechselt der Ballbesitz jetzt zum Hamburger Sportverein. Starker Parade wieder von Herrmann. Beispiels sind schnell ausgeführt. Da haben wir hochgeguckt. Abschluss. Der Volleyabschluss. Oh, der Ball ging ins Gesicht, aber kein Problem. Ein Keeper steckt das weg. Wichtige Entscheidung. Vollspiel an Ebelisa Adossi. So, da haben wir... Da geht der Arm raus, dann der Block. Aber von hinten schon, der erste Kontakt reicht aus. Im Vollsprint. Für die Freistoßentscheidung. Bestermann regelt den Verkehr. Musani mit dem Ball zurück auf Adossi. Nächster Schussversuch. Musani. Abraller. Handspiel gepfiffen. Freistoß für Arminia Bielefeld. Sechs Minuten vor dem Ende. Weiterhin 2 zu 0 für die Amin. Hamburg versucht, den Druck zu erhöhen. Hamburg versucht, mehr zu tun fürs Spiel. Nach dem schnellen Doppelschlag zu Beginn der Partie. Starkes 1 gegen 1 hier. Wunderbar quergelegt. Jetzt ist ein bisschen Platz da. Da geht er nicht weitergelegt. Marcel Niklas Zim. Umsatz gut. Sobald man ja 1-1 gegen 1 gewinnt. Immer die Überzahlsituation da. Und jetzt so ein bisschen aus dem Nichts. Der Anschluss. Für den Hamburger Sportverein. Torschütze war Henry Riebau. Die Nummer 9. Hamburg mit dem nächsten Angriff. Krasse rübergelegt. Und starke Parade wieder von Aaron Herrmann. Die Musik drin in der Partie. Ja, sie in Rosani. Wieder mit dem nächsten Abschlussversuch. Auch einen starken 1. Eindruck gemacht im 1. Spiel. Klasse geklärt jetzt hier. Und jetzt die Situation. Cleveres Foul. Wichtig, sonst wäre es nämlich auch 2 gegen 1 gegangen. Von Favu Salami. Kurzer Griff. Potenziell sehr gefährlichen Angriff. Auf jeden Fall vereitelt. Nächste Foulspiel. So mal Smalltalk. Mit Christian Messermann. Rosani muss erst raus. Deutet gerade an, muss wechseln. Und wir haben das nächste, ist ein hitziges Duell hier. Oh, ja. Zwei Minuten. Deminisa Adorsi. Ich glaube, die kann man geben. Ich glaube, auch ein Bielefelder hat. Zwei Minuten gesehen. Genauso ist es auch. Ich habe gerade nicht erkennen können, wer. Wir haben also eine Menge Platz auf der Platte. Und die Riesenchance zum Ausgleich. Riesenmöglichkeit. Starkes Spiel über die Bande. Wunderbar quergelegt eigentlich. Und dann Arnout Astel-Riegel. Also eine Menge Platz auf der Platte. 3 gegen 3, was die Feldspiele angeht. Wir haben Raum zum Kicken. Es ist ein feuriges, ein intensives Duell. Und das in der Vorrunde. So. Ball war an der Decke. Ein Bielefelder zuletzt am Ball. Deswegen Ballbesitz im Hamburger Sportverein. Gute drei Minuten vor Ende der Party. Gute Minute noch. Beide Teams mit einem Mann weniger. Kurz auch da zurück. Regelkunde. Trifft. Er kassiert eine Mannschaft. Ein Tor. Darf aufgefüllt werden. Nächster Versuch über das Tor. Nächster guter Versuch. Wieder klappt er nicht. Hamburg nähert sich. Hamburg nähert sich dem Ausgleich. mit großen Schritten. Bielefeld kriegt Kappen noch Entlastung. Kaum zu Angriffen. 20 Sekunden noch. Dann dürfen beide Teams wieder auffüllen. Und dann haben wir kurz vorher den Ausgleich. Prinz Kasi trifft. Eine Torstück reicht da aus. Und am langen Eck wunderbar vollendet mit links. Und damit das 2 zu 2. In dieser packenden Partie. Beide Teams jetzt auch wieder vollzählig unterwegs. Ja, wieder das 4 gegen 4 auf der Platte. Auch da wieder diese intensiven Zweikämpfe. Es ist Feuer drin. In diesem Spiel. Also nichts mit Vorrunde abtasten. Beide Teams geben alles. Gute Minute noch. Kein Problem für Aaron Herrmann. Kein Foulspiel. Richtig gesehen von Westermann. Dann das Foul von Ninten. Abdul Karim Koulibaly kriegt 2 Minuten. Das waren einfach 2 Gebetsklassen, die aufeinandertreffen. Dann das Einsteigen von hinten. Kann man sicherlich mit 2 Minuten an. Wie spielt die Überzahl jetzt aus? Wichtig immer wieder 2 gegen 1 Momente zu schaffen. Kommen sie zum Abschluss? Sie kommen zum Abschluss. Und sie kommen zum 3 zu 2. Glenn Gutmann trifft für Arminia. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Das wäre der 6-Punkte-Traumstart für Arminia Bielefeld. Wenn nicht jetzt der Ausgleich fällt. Und da braucht er zu lange. Da braucht Jonas Finn Hartig einfach zu lange. Und das war's. Arminia Bielefeld gewinnt mit 3 zu 2. Wir sind gleich mit der nächsten Partie zurück. Bis gleich. 2. 2. 1. 2. 4. 4. 5. 6. 6.